Hallihallo, falls noch einer von euch ein bisschen Geld braucht, 10.000 Dollar oder 5.000 Dollar oder 1.337 oder nur 500 Dollar für eine Zeile Quelltext, der möge mal bei Goodcom About App Security Patch Rewards Index HTML vorbeisehen. Da bin ich drauf gekommen, ich habe ja jetzt diverse Programme gepatcht. Also Google belohnt Leute, die Sicherheitslücken fixen. Aber Achtung, natürlich müssen diese Sicherheitslücken zu denen passen, die Google interessieren. Projekte in Scope, also Projekte, die Google im Visier hat. Da kann auch was mit Linux-Körnel sein und zum Beispiel mit Abt und, und, und. Gut, da dachte ich, ha, hi schon, gibt das richtig Geld? Nee, gar nichts, warum nicht? Gut, also, wir schauen uns also mal an. Ich habe hier mal was vorbereitet. Das Programm muss natürlich in Scope, also im Visier von Google sein. Ja, gut, da dachte ich, is, ja, ne, ich habe Abt offline eine Sicherheitslücke gefunden. Jawohl, dachte ich, wunderbar. Nun, das alleine langt jetzt nicht, ja. Also, man muss nicht nur die Sicherheitslücke finden und sagen, guck mal, hier ist die Sicherheitslücke. Sondern man muss auch selber patchen. Gut, hatte ich da auch gemacht, ja. Wunderbar. Bis dahin waren wir schon. Man muss das Programm dann so umschreiben, dass es nicht mehr Sicherheitslücke hat. Gut, ich hatte ja gezeigt, wie man eine DIV-Datei macht, dass man diesen Patch dann dem Originalautor oder dessen Maintainer, also der den Quellcode vom Originalprogramm verwaltet, da den Patch einpflegen darf, zukommen lassen und sagen, guck mal, Sicherheitslücke gefunden, hier ist der Patch. Und jetzt kommt eigentlich schon die erste schwere Hürde. Ja, die erste Schwere. Der Patch muss vom Autor oder Maintainer akzeptiert werden. Also Google prüft nicht, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Google sagt sich, da haben wir überhaupt keine Zeit dazu. Der Patch, also der Patch, das Umschreiben des Programms, muss so gut sein, dass der Autor vom Programm sagt, hurra, genau das ist das, was jetzt die Sicherheitslücke behebt. Gut, kann man dann nachweisen, zum Beispiel auf GitHub, wo dann der Quelltext ist von dem Programm, dass euer Patch, den ihr gemeldet habt, dort eingepflegt worden ist vom Autor des Programms oder dessen Maintainers, also die Leute, die den Quellcode pflegen und da Änderungen vornehmen dürfen. Hat man das alles erledigt? Hatte ich nicht. Jetzt gibt er das richtig Geld hier. Halli, hallo, jetzt fließt jetzt auch. Dann habe ich an Security Patches at Google gekommen und habe gesagt, guck mal, was ich alles kann. Ab offline, zehn Jahre alte Sicherheitslücke gefunden. Wunder. Habe ich gepatcht, jawohl. Und der Autor hat das auch noch akzeptiert, was ich da geschrieben habe, zufälligerweise. So, jetzt kommt aber noch was dazu, was man erst so hinterher mitschneidet. Google bewertet auch, wie viele Leute sind denn jetzt da so betroffen von der ganzen Geschichte. Wer das auf der ganzen Welt oder zehn Leute interessiert, dann ist das nicht so wichtig und dann gibt es auch nicht Kohle für. Das wird auch noch mal bewertet. Gut, ja, also das ist dann bei mir nicht so gewesen. Ab offline ist jetzt eigentlich nicht so genau im Scope. Wenn ihr genau guckt, im Scope ist Abt, aber nicht Abt offline. Common Package Managers. Abt offline ist kein üblicher Package Manager, sondern es ist zwar auch Abt, aber das ist standardmäßig nicht unbedingt immer dabei. So, also das ist, also einmal war es nicht so ganz im Scope hier, ne. Das war der erste Fehler. Zweitens, wie viele Leute sind betroffen? Ja, weil es halt nicht standardmäßig drin ist und Linux sowieso relativ selten benutzt wird. Jedenfalls im Vergleich zu Windows war das nicht, ne. Da habe ich gedacht, nö, das ist, gibt es nichts, ne. Was auch bewertet wird, wie aufwendig ist der Patchen? Und, selbst wenn das jetzt gewesen wäre, ja, angenommen, Batzillionen von Leuten wären betroffen. Wie aufwendig ist denn der Patch, ne. Wenn ich nur eine Zeile Quellcode ändere, dann gibt es da vielleicht 500 Dollar dafür oder so, ne. Selbst wenn das jetzt Batzillionen von Leuten betrifft und der Patch wurde akzeptiert und ich habe es gepatcht und ich habe es gefunden und ist im Scope und alles mögliche, wie aufwendig ist der Patch, ne. Also diese beiden Dinge sind sehr, sehr wichtig, ne. Also wenn ihr es schon vorher seht, äh, trifft es so gut wie niemand, ja. Und der Patch besteht nur, wenn überhaupt, auf einer Zeile, dann gibt es maximal 500 Dollar dafür. Also ich, ich habe gar nichts gekriegt, ne. Also wer schon denkt, äh, mein Geschreibsel wäre gut, ne, ist es nicht, ne. Das ist nicht gut genug, ist noch nicht gut genug. Ist auch kein Wunder, ich bin ja nur Hobbyprogrammierer, ne. Aber wer jetzt, äh, es schauen ja auch Leute zu, die haben richtig Ahnung vom Programmieren, nicht so Geschreibsel wie ich. Die können auch ruhig Mitglied einer Firma sein, die sowieso standardmäßig das macht und vielleicht, äh, irgendwie so, ne. Das steht nämlich da so mit drin. Man kann auch ruhig, äh, ja, selber Angestellter von der Firma sein und hat eine Sicherheitslücke in einem Kram gefunden. Dann kann man das trotzdem patchen, melden und maintainen ist ja dann kein Problem. Und wenn es viele betroffen sind, dann kriegt man dann von den Security-Patches trotzdem Geld, ne. Also das ist dann wohl eher für, ja, Leute, die ein bisschen mehr Ahnung haben für Programmieren als ich, ne. Und da ja viele Zuschauer sehr viel mehr Ahnung haben als ich, äh, könnte das trotzdem interessant sein für diejenigen, die sich denken, naja, 10.000 Dollar hätte ich gern. Und wer jetzt, äh, sagt, ich bin eh Millionär, der kann, äh, das Ganze verdoppeln lassen. Angenommen, ihr kriegt 10.000 Dollar für ein Patch und kann da sagen, nee, spendet doch lieber für ein gemeinnütziges Projekt. Dann verdoppelt Google den Betrag, nötet auf 20.000 Dollar und spendet an, äh, also Landen oder so. Ja, gut, so wie mich. Ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen. Und tschüss. Verbleiben mit freundlichen Grüßen.